Hi und willkommen zu einem Vlog. Heute Morgen habe ich erst mal was am Computer gemacht, irgendwas ausprobiert und danach bin ich mit meinem Vater spazieren gegangen. Und natürlich mit den Bubis. Wir sind einfach mal einen längeren Wanderweg, also einen Rundgang gegangen und sind dann über Kuhweiden und Bälder und auch wieder zum See zurückgekommen. Dort durften die Bubis dann schwimmen. Der Lee geht ja sehr gerne schwimmen und der Semi wartet einfach immer nur darauf, dass der Lee den Stock zurückbringt. Zu Hause haben wir alle erst mal ganz viel getrunken und danach bin ich duschen gegangen. Am Mittag haben wir alle noch mal zusammen Eiernudeln gegessen und ich noch mal Wassermelone. Am Abend hat es angefangen zu regnen und ich habe ein Thrillerbuch gelesen, was ich jetzt nie wieder lesen möchte, weil das war echt zu hart. Aber der Semi war ja für mich da. Jetzt habe ich mir schnell noch meine Haare hochgemacht. Oder besser gesagt, ich habe Zöpfe geflochten. Es sollte ja nur ein ganz normaler Vlog werden, aber nein, meine Mutter hatte mal wieder anderes vor. Ich hatte ihr extra noch gesagt, dass sie mein Handy in Ruhe lassen soll. Tja. Ich weiß nicht mehr genau, was sie da überhaupt macht. Selber schuld, wenn du was aufnimmst, dann kommt es auch in Vlog Mama. Naja, an der Stelle wollte ich mich noch für die 1000 Abonnenten auf YouTube bedanken. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir auch schon was ausgedacht. Ich kann es nur leider noch nicht bekannt geben. Und das war es auch schon wieder. Bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020